Gerade habe ich mich wieder über eine Sendung von MyLab ärgern müssen, die sozusagen so tut, als wäre sie die Wissenschaftlerin, die sich nicht irrt. Und Professor Bhakti und seine Frau Reis und so weiter, die wären die, die sich irren würden. Und das ist einfach tragisch, denn für mich ist sie, ja, wir schwunzeln ja alle über die sogenannten Flacherdler, weil wirklich noch niemand ernsthaft einen Hinweis gefunden hat, dass die Erde wirklich noch eine Scheibe ist. Aber leider schmunzeln wir nicht über die Kreationisten, ja, und sie ist eben eine Kreationistin und sozusagen, wer nicht in jedem zweiten Satz seiner Argumentation sich auf Evolution bezieht, der ist nun mal ein pseudowissenschaftlicher Kreationist, denn sozusagen, der hat noch nicht begriffen, dass wir in einem Universum leben, das von der Evolution bestimmt ist und dass Evolution, solange das Universum existiert, immer weiterlaufen wird, dass wir Teil der Evolution sind, Produkt der Evolution sind und in der Evolution uns weiterhin nach den Naturgesetzen von Mutation und Selektion, Variation und Selektion verändern. Und das, wer das nicht im Kopf hat, das ist halt einfach immer nur ärgerlich zu hören, mit welchem Selbstbewusstsein solche Leute, die also, denen die gesamte naturwissenschaftliche, evolutionsbiologische Basis fehlt, sich selbst für Wissenschaftler halten. Das ist das Traurige, ja, denn, wie gesagt, einen Titel zu haben oder an der Universität zu arbeiten, hat nichts, aber auch rein gar nichts damit zu tun, ob man Wissenschaftler ist oder nicht, ja. Wir haben teilweise die Teile, manche der größten Namen der Wissenschaft haben, haben keine universitären Titel und so weiter, ja. Und, ja, so, dann gehen wir doch mal kurz drauf ein, bevor wir uns den Tagesthemen widmen. Also, Ärgernis, my love, hier, ja, also, Professor Bhakti sagt ja nichts anderes, als, dass er sagt, hier, Viren sind nicht so die allmächtigen Killer. Es gibt im Leben so viele andere Faktoren, die über Gesundheit und Krankheit entscheiden, nämlich Ernährung, Sport, Lebensstil, Lebensweise, also alles, Umweltverschmutzung, Luftschadstoffe und, und, und. Und es gibt tausende Faktoren und Dr. Köhnlein hat das ja letztens ergänzt mit, ja, und dann gibt es ja auch noch die tödlichen Medikamente, die Tötung durch Medikamente, das Sterben an Medikamenten, das Sterben kann Krankenhauskillerkeimen und, 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 und Praxiskeimen und so weiter. Also, ja, das heißt also auch, das ist ein vorsichtiger Blickwinkel, ja, und sozusagen, und dann kommt in der Evolution eben zwangsläufig durch das Naturgesetz von Variation und Selektion es automatisch zu einer Person, die sich irrt, das könnte jetzt my love sein, sozusagen, und ihre Irrtümer glaubt, nämlich, ach, Ernährung, unwichtig, Lebensstil, eventuelle Vitaminmangel oder sonstige Dinge, alles unwichtig, Lebensstil, alles unwichtig, wichtig ist nur, dass die Menschheit, die Schlüsselfrage, ob die Menschheit überleben kann, ist nicht ein starkes Immunsystem und, 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 sondern einfach die Killerviren und Killer, Killermikroben sind das Entscheidende und so weiter, ja. Und so jemand, jetzt passiert halt Folgendes, so jemand verkauft natürlich jetzt viel mehr Behandlungsmaßnahmen, weil die Leute durch solch eine Fehlinformation, solche Irrtümer sozusagen verleitet werden, ihren krankmachenden Lebensstil weiterzuführen. Dadurch kann man ihnen viel mehr Medikamente und sonstige Produkte verkaufen, man kann dann auch mehr Kinder ernähren, man macht größere Karriere, man findet mehr Nachahmer, man hat mehr geistige Kinder und kann mehr körperliche Kinder, Enkel und Urenkel hinterlassen und wird so der Vorfrage von Drostenbieler und Lauterbach, ja. Während eben solche nachdenklichen Leute wie Professor Back, die zu allen Zeiten der Menschheit immer wieder tendenziell ausgestorben sind, ja. Ich denke nur an den berühmten Franz Konz, über den der letztens wieder aufgetauchte Pfarrer Fliege, Jürgen Fliege, mal gesagt hatte, für mich sind sie der größte Naturheiler und der also auch ganz nachdenklich war über die Schädlichkeit der modernen Medizin, aufgrund dieser evolutionären Verläufe hier sozusagen, die Ursache hat er nicht verstanden, aber er hat die Details aufgezeigt, ja. Und so jemand gerät natürlich wieder in Vergessenheit, so wie alle sozusagen kritischen Geister, auch irgendwann solche Leute wie Professor Back, die werden irgendwann auch wieder in Vergessenheit geraten, denn diese dominieren das Bild, die finden die Nachahmer, sie finden die geistigen Kinder, können mehr Kinder hinterlassen, breiten sich also körperlich allein ihre Art DNS und damit auch ihre Unwissenheit und ihr unkritisches gegenüber Irrtumsideen, ja, vorteilbringenden Irrtümern, das breitet sich mit ihnen aus und die geistigen Nachahmer, die geistigen Kinder übernehmen eben die vorteilbringenden Irrtümer, diese vorteilbringenden Gefährlichkeitsüberschätzungsirrtümer bezüglich Mikroben zum Beispiel, ja. Und das Tragische ist, die halten sich natürlich dann für die echten Wissenschaftler, weil sie ja überall wegen des materiellen Erfolgs, wegen des Verkaufserfolgs geehrt werden, weil ja nicht gemessen wird durch die positiven Anreize. Wie heißt unsere Formel? VIs aussterben lassen durch positive Anreize, also vorteilbringende Irrtümer aussterben lassen, evolutionsbiologische Betrachtung, ja, durch positive Anreize, ja. Und jetzt die, solche Personen wie MyLab, die würden jetzt relativ schnell all ihre Jobs verlieren, wenn nämlich die Wohlfühlstimmen, wenn sie nämlich ihre Arbeit sozusagen angewandt wird bei den Bürgern der Region und wenn dann die Wohlfühlstimmen durch die Anwendung dieser Maßnahmen in den Keller gehen, ja, denn sie ist ja zum Beispiel sehr medikamentenfreundlich. Ich glaube, ihr Partner arbeitet in der Pharmaindustrie bei Merck oder so und das färbt natürlich auch geistig ab und da kommen natürlich dann die Verkauf, die vorteilbringenden Irrtümer der Pharmaindustrie schwappen dadurch rüber zu MyLab sozusagen, weil das ist kaum zu vermeiden, ja, und dadurch sozusagen, und wenn jetzt die positiven Anreize gesetzt werden, dann würde sich MyLab entweder müsste sie sehr schnell von ihren vorteilbringenden Irrtümern ablassen oder sie würde sich ganz schnell in der Aussterbensposition hier mit wenigen Nachkommen und wenigen geistigen Schülern und hier dem Enden der Linie, dem endgültigen Aussterben finden und dann würden so Leute wie Professor Bhakti mit ihrer behutsamen Nachdenklichkeit, die sagen, nein, es gibt viele andere Krankheits- und Todesursachen außer Mikroben und ein solches Fixieren auf eine angebliche Killermikrobe ist eben, da müssen irgendwelche Irrtümer eine Rolle spielen und das sind ja eben diese vorteilbringenden Irrtümer, ja, also wenn wir jetzt hier positive Anreize setzen, das heißt, dass auch Wissenschaftler und Ärzte und alle daran gemessen werden, ob ihre, das was sie tun, positiven Einfluss auf die Menschen hat oder nicht oder schädlichen Einfluss. Und wenn man das misst mit zum Beispiel der Wohlfühlstimme, den Gesundheitsdaten, den Langlebigkeitsdaten, den Wirtschaftswunderdaten, sauber statistisch misst durch den Bundeswahlleiter und so weiter, dann kriegt man raus und dann wird man feststellen, würde man wahrscheinlich feststellen oder möglicherweise feststellen, dass MyLab all ihr Denken einen total schädlichen Einfluss auf die Gesundheit und das Wohlbefinden der Bevölkerung hat oder umgedreht, es kann natürlich auch umgedreht sein, dass sich rausstellt, dass sie doch einen segensreichen Wirkung auf die Bevölkerung hat und so weiter. Das würde sich dann aber objektiv in wissenschaftlichen Daten zeigen. Und sie selbst redet von Kontrollgruppen, denkt aber nicht darüber nach, dass ja Weißrussland und Schweden als Kontrollgruppe dienen können, in abgestufter Variante und dass sogar auch alle die maßnahmenlosen Großdemos und Großereignisse, die also ohne Masken und Abstände stattgefunden haben, ja auch Kontrollgruppen sind. Denn danach müsste es ja viele zusätzliche Kranke gegeben haben, denn die Viren, die dort verbreitet und aufgenommen worden sein müssen, sozusagen, die müssten ja dann auch, wenn es sich um ein Killer-Virus handelt, ja auch irgendwo dann ältere Menschen erreicht haben über irgendwelche Umwege und dort die Schwerkranken und Todeszahlen drastisch in die Höhe getrieben haben. Ja, und genau das hat nicht stattgefunden, weil die Rate der Schwerkranken und der Toten in den letzten Monaten sich gar nicht bewegt hat, sondern quasi eine fast Nulllinie darstellt, wo sich fast gar nichts mehr tut. Ja, also, gut, jetzt habe ich mich genügend über MyLab aufgeregt, sozusagen immer wieder halt. Hier ist unser Tagesthema und da gehe ich dann gleich drauf ein, zeige aber noch kurz unser Tagesbild. So, unser Tagesthema ist deswegen auch nur wir 2020 und hoffentlich dann wieder Vorsitzender Bodo Schiffmann am besten natürlich mit unbedingt dazu einladen, Bakhti, Wolf, Professor Bakhti, Wolfgang Wodak, Homburg und all die anderen und dann berichtet von all den großen Sendern des Internetfernsehens, ja. Nur das und das kombiniert mit den Reformen der Next Scientists for Future auf Grundlage der Grundformel VIs aussterben lassen durch PAs, ja. Das ist ja die neue Welterklärungs- und Weltrettungsformel zugleich, sozusagen. Nur das behebt die Systemursachen des Corona-Hypes. Ansonsten alles, was geschehen ist, das ARD-Extra, wird ja jetzt schon wieder ignoriert, ja. Da waren ein paar vernünftige Aussagen drin im ARD-Extra, aber das wird ja sofort wieder ignoriert, ja. Also das heißt, all das, anstatt dass gesagt wird, wir berichten gar nicht mehr über die Testzahlen, sondern wir berichten nur noch über die Krankenhausbetten und die Belegzahlen der Krankenhausbetten durch Corona und der Intensivstationen und Intensivbetten. Und über was anderes berichten wir gar nicht mehr. Und dann vergleichen wir einfach immer nur die wöchentlich zwischen 16.000 und 21.000 normalen wöchentlichen Toten, und dann vergleichen wir mit den 10, 12, 5 angeblichen Corona-Toten. Und dann sehen wir, aha, von den 16.000 bis 21.000, die sowieso jede Woche sterben, sind das ja alles nur verschwindend geringe Zahlen. Und jede große Aufmerksamkeit bei solchen winzigen Zahlen und jeder Lockdown oder jede Maßnahme erscheint völlig absurd bei solchen Minimalstzahlen. Wobei dann ja die These ist, aber da hat ja dann Professor Streeck auch schon gesagt, wir haben noch nie eine wirkliche Explosion, eine exponentielle Explosion gesehen. Also wenn da also im Moment liegen von angeblich über 30.000 Intensivbetten in Deutschland, sind noch nicht mal 500 davon belegt sozusagen. Und das bedeutet eben, ja, diese Angst, das explodiert jetzt und geht jetzt von 500 auf 50.000 hoch innerhalb einer Woche oder so, ohne dass wir gegensteuern können. Das ist eine, ja, eine richtige Vorteilbringende, ein richtiger Vorteilbringender Gefährlichkeitsüberschätzungsirrtum des Mainstreams der Pharma- und Impfindustrie und Medizinindustrie. Und deswegen nur diese Kombination, das Potenzial der Reformen der Next Scientists for Future mit ihren 56 Prozent Wählerstimmenpotenzial kooperiert. Und unten in der Sendung finden Sie ja die ersten Verhandlungen über einen möglichen Vorentwurf des neuen Parteiprogramms oder vertieften Parteiprogramms der Partei WIR 2020. Und am Wochenende findet der nächste Talk, die nächste Sendung wird produziert. Bin mal gespannt, um welche Reformen es dann gehen wird und ob wir Next Scientists for Future dann mit vier Professoren, Doktoren und so weiter vertreten sein werden. So, ja, und jetzt gehe ich noch mal die Kurznachrichten durch zum Tagesbild, wie immer. Ja, ja, das habe ich aber eben schon gesagt. All diese berühmten Professoren wie Bhakti und Dr. Wodak und so weiter, die müssen alle versuchen, die Partei versuchen, alle in die Partei einzuladen. Denn ohne Prominenz gibt es keine 15 oder 20 und geschweige denn 56 Prozent. Das geht nur über Prominenz, ja. Mindestens über die große Internetprominenz und die großen prominenten Internetsender. Also bitte hört auf meine Worte, es geht nicht anders. Jede Partei ohne Prominenz und millionenfache Berichterstattung wenigstens im Internet hat keine Chance. Das ist so in Deutschland. Ja. Vorteilbringende, ja, also das bei der Demokratiereform, wir haben ja auch in der letzten Sendung, also in dieser ersten Sendung mit WIR 2020 zusammen, auch angesprochen, so das Thema, dass die Wohlfühlstimme zum Beispiel eine Form eines positiven Anreizes sein könnte, dass die gesamte Demokratie reformiert, wegbringt von den Lobbyisten, sodass Lobbyismus von heute auf morgen verschwinden wird. und sozusagen die Politiker sozusagen von den Freundschaften mit der High Society sozusagen zur Zuwendung zu den Bürgern bringen wird, weil die Wohlfühlstimmen als neue Wahlstimme knadenlos rückmelden, ob ein Bundesland schlecht regiert wird oder gut wird oder eine Kommune schlecht oder gut regiert wird. Und das dann hat dann drastische Folgen. Nicht nur, dass diese Politiker dann nicht wiedergewählt werden, sondern auch die gesamte Bundespartei dann wohl von niemandem mehr wiedergewählt wird, wenn es in einzelnen Bundesländern zu schlechten Ergebnissen für die Bürger gekommen ist, sozusagen. Ja, und wie heißt der zentrale Vorteilbringende Irrtum unserer heutigen Politik? Eigentlich ganz einfach. Lobbyisten sind gut. Lobbyisten sind eine gute, wertvolle Informationsquelle und ich kann mein politisches Handeln anhand der Lobbyisten und an der von den Firmen vorgeschriebenen Gesetzesvorlagen und so weiter ausrichten. Da bin ich dann schon im vernünftigen Bereich. Und das ist der zentrale Vorteilbringende Irrtum, aufgrund derer die Politik sich von den Bürgern entfernt hat und sozusagen mit der High Society sozusagen mitdenkt und Politik letztendlich am Ende dann, ohne es zu merken, Politik für die High Society und für die vorteilbringenden Irrtümer der High Society macht. Ja, also sozusagen eine Bundesministerin Klöckner ist ganz sicher infiziert von der ganzen, von den vorteilbringenden Irrtümern der Nahrungsindustrie, dass so, ach, das bisschen Zucker, Süßstoffe, Salze und andere Spilligstoffe, mit denen wir sozusagen diese Kunstprodukte, die wir im Supermarkt anbieten, strecken sozusagen, das hat keine gesundheitlichen Folgen, ach, das wird ja alles übertrieben, das ist alles gesundes Lebensmittel, Zucker braucht der Mensch und so weiter. Und sowas, wenn man ständig mit dieser High Society, mit ihren vorteilbringenden Irrtümern zu tun hat, dann glaubt man am Ende selbst, dass das harmlos sei und während wahrscheinlich bei Zucker genau das Gegenteil die Wahrheit ist. Ein schleichend wirkendes Gift mit höchstem Suchtpotenzial und, und, und. Also das dürfte eher die Wahrheit sein. Aber wie gesagt, die Daten, die Gesundheitsdaten, die Wohlfühlter, also was man dann, je nachdem, was man an positiven Anreizen setzt, das würde das ja alles nachweisen. Zum Beispiel Ärzte, die dann im neuen Gesundheitswesen dann ihren ganzen Kunden abraten von jeglichem Zucker, Süßstoff oder Salz in der Nahrung und so weiter. Und wenn dann die Gesundheitsdaten dieser Ärzte sich positiver entwickeln und die dann die ersten Ranglistenplätze in den Großstädten oder in allen gesellschaftlichen Bereichen einnehmen und Regionen einnehmen, ja, dann sieht man ja, was wohl Wahrheit ist, ne? Ja, dann nochmal zum Thema Sozialreform und Sozialhilfereform sozusagen. Es ist letztendlich so, dass unsere Tests bis jetzt drauf rauslaufen. Also, ich glaube, im Moment bekommt ein Hartz-IV-Empfänger ungefähr in der Größenordnung von 450 Euro im Monat plus Krankenversicherung, plus Miete und, und, und. Also alles, was er braucht, außer übrigens die Rechtsschutzversicherung. Wenn wir ein kleines bedingungsloses Grundeinkommen empfehlen würden oder generell würden wir auch noch jedem Bürger eine kleine Rechtsschutzversicherung gönnen, weil das ja auch zum Sicherheitsgefühl des Lebens gehört. Das sollte auch jeder Hartz-IV-Empfänger kostenlos bekommen. Aber, und das sollte auch eine Bürgerversicherung sein, so wie die Krankenversicherung. Jeder Bürger sollte am Ende also auch rechtsschutzversichert sein, ganz preiswert, ne? Aber, sozusagen, wir, unsere Tests laufen darauf hinaus, dass man sich gesund, natürlich nicht mit der, immer nicht mit lauter Luxussachen, aber gesund ernähren kann mit etwa 100 Euro im Monat. Und, möglicherweise sogar mit 70 oder 60, aber man, also sozusagen, wenn man zum Beispiel jeden Tag eine Kartoffel dazu tut und den Rest frisches, gesundes Gemüse und Obst und so weiter, und, und so weiter, dann kommt man auch mit 70 Euro im Monat hin. Also, und wenn man dann noch bedenkt, vielleicht 30 Euro für Internet und Telefon sozusagen und 40 Euro für Strom, dann komme ich auf ein Maximum von 170 Euro, also von circa 450, müssten wir also Hartz IV senken auf 170 oder zwischen, sagen wir mal, 140 und 170 so ungefähr, ja? Und, und dann müssten wir für die existierenden Kinder, also die Regel müsste lauten, in, in neun Monaten beginnt eine neue Ära, da gibt es dann für, also jedes Kind, das dann, da ist 0 Euro je Kind, ja? Denn, wie gesagt, wir haben ja ganz klar gesagt, wir müssen, Kinder muss man selbst ernähren können, ja? Das ist unanständig, Kinder zu bekommen, ohne, ohne dass man die selbst ernähren kann. Und, und natürlich müssen wir den Müttern die Erlaubnis geben, dass sozusagen der Satz gilt, nicht mehr der Satz gilt, mein Bauch gehört mir, das auch, ja? Aber vor allem der Satz gilt, mein Neugeborenes gehört mir. Sodass die Mutter sozusagen entscheiden kann, dann, ob sie das Kind natürlich völlig ohne, also völlig glückselig mit den, mit den glückselig machendsten Drogen, die es gibt, die man vielleicht sanft einmassieren kann, sozusagen, ob es sich, wie das in der Natur, jedes Naturvolk macht, sozusagen, jede Mutter in der Natur macht, sich für das Kind oder gegen das Kind entscheidet, ja? Und dann kann sie sich ja entscheiden. Und dann muss sie aber von ihren 150 Euro im Monat, Hartz IV, muss sie dann auch noch das Kind mit ernähren können. Und sonst vorher, also vor der Zeit in neun Monaten, gilt, dass alle existierenden Kinder noch ganz normal honoriert werden, also altersgerecht, also für die, aber nur für die Ernährung, da gibt es kein Telefon und kein, kein zusätzliches Telefon und kein zusätzlicher Heizkosten, Stromkosten, sondern da wird ganz einfach nur geguckt, braucht das Kind vielleicht im Monat 20 Euro zusätzliche Nahrungsgelder oder 30 und dann 30, bis dann irgendwann, wenn es 18 ist, eben für es auch dann das Gleiche berechnet wird, wie für die Mutter, ja, in dem Fall. und so kriegen wir einen Riesenteil unserer Probleme in den Griff, ja, denn, wie gesagt, die Experimente laufen jetzt schon seit vielen Monaten und ich erfahre jetzt ja gerade auch in meinem Abnehmenprozess auch, wie, wenn man eben rauskommt aus dem zu viel Fressen sozusagen und das beendet, wie wenig dann der Stoffwechsel braucht und zugegebenermaßen braucht jemand, der 30, 20 Jahre jünger ist, braucht wieder etwas mehr Kalorien als ich, aber das ist preislich so minimal alles. Man kann sich gesund mit so wenig Geld ernähren, ja, und wir sind ja, Hartz IV ist ja schließlich nicht dazu da, um Luxus zu finanzieren, um Drogenkonsum zu finanzieren, Fresssucht zu finanzieren und krankhaftes Übergewicht zu finanzieren, ist nicht dafür da, sozusagen, Alkoholsucht, Zigarettensucht, Medikamentensucht und alle anderen Süchte zu finanzieren und sozusagen, und warum kam es dazu? Wie kommt es dazu, dass jetzt eine riesige Bürokratien aufschreien würden, sie können doch nicht hingehen und das Hartz IV, nicht empfehlen, Hartz IV von 450 auf 150 zu senken, um 300 Euro monatlich und dann auch noch den Neugeborenen 0 Cent zu geben, sozusagen, ja, das können sie doch nicht machen, ja, und ja, das ist eben, weil, wieder lauter, hier haben wir den guten Sozialberufler, der also sagt, ja, ich muss aufpassen, dass ich nicht anfange, sozusagen, die sozial schwachen, die beruflich wenig leistungsfähigen, ich muss aufpassen, dass ich nicht an diesen, diesen Aberglauben glaube, dass alle Menschen Genies seien, dass alle Kinder Genies seien, dass alle Neugeborenen Genies seien, sondern ich muss immer erkennen, die naturwissenschaftliche Tatsache, dass selbstverständlich die Evolution ein Ungleichheitserzeuger ist, so, dass also sozusagen und Resultat Resultat dieser vielen Ungleichheitserzeugung ist, dass wir dann natürlich bei den Erwachsenen, manche halt circa ein Liter Gehirnvolumen haben und manche circa zwei Liter Gehirnvolumen haben und das natürlich, die alle unterschiedlich leistungsfähig sind, weil im Großen und Ganzen, die mit den großen Gehirnen auch die Klügeren sind und die mit den kleinen Gehirnen durchschnittlich auch die weniger Klugen sind, ne, so und vor diesem vorteilbringenden Irrtum meiner Sozialkollegen muss ich mich hüten, weil der würde mich zum Schädling gegenüber der Bevölkerung machen sozusagen und und ich muss mich hüten vor anderen Dingen, also zum Beispiel jetzt zu denken, dass Menschen verhungern müssten, also das ist ja auch ein vorteilbringender Irrtum, den viele meiner Kollegen haben, dass Leute verhungern müssten, wenn sie nicht 450 Euro im Monat hätten, in Wirklichkeit kriegen die Leute Kleidung überall in den Kleiderkammern nachgeschmissen in Massen, niemand braucht irgendwas zu kaufen, ja, sondern wenn er dann ein bisschen Telefon und Internet, Fernsehen, ARD und ZDF hat, das reicht doch völlig, all den anderen Schrott braucht er doch gar nicht und wenn er dann ein bisschen Strom hat, dann reicht das doch und die Heizung wird ja eh bezahlt und so weiter, und die Wohnung wird eh bezahlt, wenn dann sogar das Recht, die Next Scientist for Future wollen ja auch das Recht auf Wohnung, ja und da muss ich mich hüten davor, dass ich nicht diese ganzen vorteilbringenden Irrtümer glaube, denn dann schade ich meinen Mitmenschen, dann mache ich zwar Karriere in dieser Bürokratie, ja und in diesen ganzen Bürokratien und den ganzen Zünften und Berufsständen, die das soziale Problem vergrößern, damit sie mehr Karriere machen können sozusagen, aber vor diesen vorteilbringenden Irrtümern muss ich mich hüten, ich muss in der Wahrheit bleiben. Das ist ein guter Sozialberufler, aber nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion muss es dazu kommen, dass hier auch irgendwann, es könnte ja ein Geschwister sein, dass der sich zwangsläufig irren muss und der sagt dann nein, also alle Menschen sind Genies, deswegen können auch die Sozialschwachen die Kinder der Gesellschaft bekommen, ist überhaupt kein Problem, weil das sind ja alles auch Genies und dadurch schade ich ja nicht dem durchschnittlichen Intelligenzquotienten Deutschlands und so weiter, also nicht dem Intelligenzdurchschnitt, der Quotient wird ja sowieso immer auf den Durchschnitt geeicht, also ist der irrelevant, sondern die tatsächliche Intelligenz, darum geht es. Ich senke ja dadurch dann nicht die Intelligenz Deutschlands, weil das sind ja alles Genies, die geboren werden, sind ja alle Menschen, sind ja gleichermaßen Genies, also spielt es gar keine Rolle. Ja, manche Menschen sind 2,30 Meter groß und manche 1,60 Meter, aber das hat ja alles mit Genetik nichts zu tun, also gibt es auch keine Gehirngrößenunterschiede und keine Intelligenzunterschiede per Genetik, ne, gibt es alles nicht, ne, das ist alles. Ja, und der glaubt diese Irrtümer und der glaubt auch den Irrtum, ja, dass sozusagen, ja, nee, also die Hartz- unsere Kunden, die Hartz-IV-Kunden, die würden ja alle verhungern, wenn sie nicht 450 Euro im Monat hätten, um die auf den Kopf zu hauen, ja, sondern mit 150 Euro, da würden die ja verhungern und schwer krank werden, dabei könnten sie mit den 150 Euro den ganzen Zuckerkram nicht mehr kaufen und würden dadurch tausendmal gesünder werden und wenn sie dann beginnen würden mit einem Totalfasten und erstmal die ersten 30, 20 Kilo Übergewicht verlieren würden, dann würden sie einen geringeren Stoffwechsel kriegen und würden mit viel weniger auskommen, der Stoffwechsel würde nicht mehr verschwenderisch sein, sondern sparsam und sie würden mit viel weniger auskommen und plötzlich kämen sie mit 80 Euro im Monat essen, kämen sie zurecht, ein bisschen teures Olivenöl noch dazu kaufen und so weiter und alles sparsam verwenden und dann kommt man eben auch mit 80, 70, 60 Euro im Monat, kann man sich gesund ernähren und so weiter, aber nein, der glaubt, nee, das ist alles falsch, genau das Gegenteil, die Leute brauchen 1000 Euro im Monat, um sich überhaupt gesund ernähren zu können, in Wirklichkeit kaufen sie davon eine Pizza nach einem anderen, ein Fastfood nach einem anderen, ein Zuckerzeug und Drogen und Alkohol davon und so weiter und aber der sieht das nicht, der hatte eben diese Irrtümer in dem Kopf und die glaubt er und jetzt macht er natürlich total Karriere, weil jetzt natürlich die Leute natürlich sagen, naja gut, in so einer schönen Hängematte, Hartz IV, da bleibe ich gerne, in so einem Hotel, Hartz IV, bleibe ich gerne, so einem Luxushotel und der hat dann viele Kunden, dann sagt er, ja, wir haben zu viel zu tun, ich brauche neue Mitarbeiter, dann kriegt er neue Mitarbeiter, hier zum Beispiel, das ist dann vielleicht ein neuer Mitarbeiter, also er kriegt geistige Kinder und er kriegt auch viele körperliche Kinder und kann hier viele Enkel und Urenkel, weil er eben ein gut bezahlter Vorgesetzter wird, er fällt die Karriereleiter hinauf, je schlechter er arbeitet und je mehr er eigentlich immer mehr Arbeitslose und Hartz IV Empfänger erzeugt mit seiner Hängematten Strategie sozusagen, Also dieser Irrtum, diese Irrtümer erweisen sich alle als gewaltig Vorteilbringend und dann verbreiten sie sich mit den geistigen Kindern und mit den körperlichen Kindern gleichermaßen, breiten sie sich aus und alle Leute, die diese Vorteilbringenden Irrtümer haben, machen die großen Karrieren und diese hier sterben aus, die mit den wahrheitsorientierten Gedanken im Kopf sozusagen und jetzt muss man natürlich die positiven Anreize so setzen, dass hier ein Rollentausch stattfindet, also das heißt, wir müssen sozusagen die Wohlfühlstimmen der Bürger, ja, vielleicht müssen wir sogar so weit gehen, dass wir bei Hartz IV Empfingern, das wäre natürlich jetzt sehr weit gehend, also die Wohlfühlstimmen sozusagen mal in diesem Bereich aus der Statistik rausnehmen, wäre bedenkbar, also man könnte darüber nachdenken, denn es nützt mir ja nichts, wenn jemand eine positive Wohlfühlstimme abgibt, nur weil er in der Hängematte hängt sozusagen, sondern vielleicht sollte man dann deren Stimmen zumindest geringer gewichten und die Stimmen der Restgesellschaft gucken, die das Ganze nämlich bezahlen müssen, die sowohl den sich irrenden, voll von Vorteilbringenden Irrtümern angefüllten Sozialberufler bezahlen müssen, als auch die durch ihn massenhaft geförderte Masse an Hartz-IV-Empfängern bezahlen müssen sozusagen und deren Wohlfühlstimmen sollten dann höher gewichtet werden, eventuell, wenn man das kann oder wenn das dann politisch gewünscht ist und so weiter und dadurch würden die Irrtumsträger aussterben und man würde feststellen, welche Behördenleiter oder Gruppenleiter sozusagen die den besten Rückgang der Arbeitslosigkeit zur Folge haben. Sie kennen ja alle schon unser Modell, nämlich dass ein Arbeitsamtmitarbeiter nur noch dann Verdienstzuschläge bekommt und die sind entscheidend für die Samtsumme seines Gehaltes nur noch Verdienstzuschläge bekommt für jeden, den er in Arbeit untergebracht hat, also aus Hartz IV rausgebracht hat. Das kann dann geschehen, das kann sein, dass ein Rest Hartz IV dann noch gezahlt wird als Verdienst, als Zuschlag, sodass der dann auf ein Mindesteinkommen kommt, ja, aber das Mindesteinkommen sollte eben in dieser Größenordnung liegen, wie ich es eben gesagt habe, zwischen 140 und 170 Euro plus die anderen Sachen, ne, und, ja, und so sieht eine Lösung aus und der Aufschrei, der in der Gesellschaft kommt, der kommt eben immer von denen, die diese vorteilbringenden Irrtümer tragen und die von diesen vorteilbringenden Irrtümern sozusagen durch diese vorteilbringenden Irrtümer ihre eigene Karriere auf Kosten der Gesellschaft pushen. Aber das wollen wir doch nicht weiterlaufen, lassen oder wollen wir uns weiter ruinieren, immer weiter ruinieren, ne, das ist halt die große Frage. Ja, dann, ja, dann war ein Thema, eine Sendung, ich habe sie gar nicht geschaut, weil wir das ja alles wissen, Betrug in der Pflege, ja, deswegen, wir haben ja schon über die Pflegereform gesprochen, wie war das, vorteilbringende Irrtümer aussterben lassen durch positive Anreize, also die Pflege muss im Prinzip die gleichen positiven Anreizsetzungen bekommen wie die Hausarzt-Ersatz-Teams, also ein Pflegeheim ist also quasi ein Hausarzt-Ersatz-Praxis beziehungsweise Hausarzt-Ersatz-Team, halt für ältere und pflegebedürftige Menschen und da werden aber die gleichen positiven Anreize gesetzt, je gesünder sich die Menschen entwickeln und je fitter, desto mehr Belohnung und dann hört das auch auf mit dem Betrug in der Pflege, denn die positiven Anreize wirken nicht nur gegen die vorteilbringenden Irrtümer, sondern auch gegen jeden kriminellen Plan, weil dann einfach nichts mehr dran zu verdienen ist, denn die positiven Anreize führen ja gerade dazu, dass man sich nicht mehr bereichern kann durch Schädigung der Gesellschaft, das ist ja das Entscheidende. Finanzberater, Gehälter, die Frage war ja in der letzten Sendung aufgetaucht, also in der Infobox der ersten, also der letzten Verhandlung mit der Partei WIR 2020, mit Vertretern der Partei WIR 2020, beziehungsweise Mitgliedern der Partei WIR 2020, die gerade den Landesverband gründen. Da ist es eben so, dass sozusagen wurde ja erwähnt, dass was wir denn zu den Banken und dem Finanzwesen zu sagen hätten, ja eins ist mir jetzt dazu noch eingefallen, nämlich dass klar ist, im Moment machen viele Finanzberater auch in den Banken schmutzige Geschäfte mit den Kunden, die sie abzocken, denen sie also irgendwie wegen der Prämien irgendwelche wertlosen Papiere verkaufen, wodurch sie dann ihre Alterssicherung verlieren und solche Dinge. Und so was kann man natürlich auch wieder mit positiven Anreizen kontern, indem nämlich die Gehälter abhängig gemacht werden müssen, das könnte man ja von Staatswegen verfügen, von der oder also die staatlichen Verdienstschüsse an die Banken und an die Finanzberater müssen davon abhängig gemacht werden, wie sich die Wohlfühlstimmen, die Gesundheitsdaten, die Langlebigkeitsdaten und so weiter der Menschen entwickeln. Da sieht man dann auch zum Beispiel wer Selbstmord begangen hat, weil er vielleicht von einem Finanzberater in den Ruinen gewirtschaftet wurde und so weiter und so kann man das wieder durch Anreize kontern, durch positive Anreize wieder kontern. Sowohl kriminelles Bankergebaren als auch aufgrund von vorteilbringenden Irrtümern entgleist das Bankerverhalten. Das macht dann keinen Unterschied. Der Unterschied ist, also das heißt, alle positiven Anreize, die VIs, also vorteilbringende Irrtümer, zum Aussterben bringen lassen, lassen auch Kriminalität aussterben. Das ist der schöne Doppel-Effekt. So wie die Wohlfühlstimme ein Passepartout für viele Dinge ist, ist zumindest sind die positiven Anreize für beide Dinge ein Passepartout, nämlich für Kriminalität und für vorteilbringende Irrtümer. Also die schwarzen Schafe werden bekämpft und die, die sich einfach nur irren und aufgrund des Irrtums Profit machen. Profit auf Kosten der Gesellschaft. Ja, und Bodo Schiffmann wurde von RTL interviewt, ich glaube, das wurde auch gesendet. Jemand hat jedenfalls den Fernseher abgefilmt, also ich hoffe, dass das stimmt, dass das auch eine Fernsehsendung war. Immerhin konnte er da mal Kontra geben, dem RTL Journalisten und mal sagen, aber er hat sich dann auch schön vorsichtig ausformuliert, er hat schon richtig gesagt, natürlich habe ich keine Beweise, dass die Kinder wegen der Maske gestorben sind, aber er hat richtig gesagt, wir können nicht ausschließen, dass sie an der Maske gestorben sind und das ist dann schon schlimm genug, auch da die Daten ja die Verwendung einer Maske gar nicht hergeben, wenn ich mal auf die Kontrollgruppe Weißrussland und Schweden verweise, wo die Kinder alle ohne Masken in die Schule gegangen sind und so weiter und wo nichts passiert ist und bei uns passiert auch nichts, die Linie der Schwerkranken und der Toten ist nahe einer Nulllinie und das seit vielen Monaten und das hat ARD extra bestätigt, aber das wird halt auch von RTL natürlich dann auch wieder ignoriert. Ja, dann haben wir also die ARD extra hat ja gesagt, 30.000 Intensivbetten haben wir ungefähr in Deutschland und davon sind nur unter 500 belegt und die sind ja noch nicht mal von Biologen, der Gesundheitsämter kontrolliert darauf hin, ob da nicht die Betten eventuell belegt werden aufgrund von vorteilbringenden Irrtümern oder aufgrund von kriminellen Motiven, so nach dem Motto Bereicherung fürs Krankenhaus durch leichtfertiges Belegen von Intensivbetten. Das müssten ja dann Biologen mal überprüfen. Ja, aber man muss ganz klar sagen, dieses ARD extra blieb auch völlig folgenlos, also hört auf, liebe Leute, gegen Windmühlen zu rennen, ihr werdet es nicht schaffen, dass die Politik jetzt vor der Bundestagswahl noch bereit ist zuzugeben, dass sie sich geirrt hat. diesen Gesichtsverlust werden weder die Journalisten machen noch die Politiker, sondern es gibt nur diese eine Möglichkeit. Gehen wir an die Systemursachen ran, beheben wir bei der Bundestagswahl die Systemursachen mit den Next Scientists for Future zusammen, sozusagen, die Systemursachen, erzielen 20% Wählerstimmen und koalieren und bestimmen die Politik mit in Deutschland und dann werden wir nie wieder eine Schweinegrippe, nie wieder Corona kriegen, weil dann innerhalb kürzester Zeit alle vorteilbringenden Irrtümer, über alle vorteilbringenden Irrtümer wird von den Next Scientists for Future aufgeklärt werden, die werden ruckzuck verschwinden und Ärzte, die nicht bereit sind, diese vorteilbringenden Irrtümer aufzugeben, die werden sich ganz schnell am Ende der Ranglisten finden, nämlich als ineffiziente Ärzte, die nicht in der Lage sind, messbar Gesundheit zu fördern und die werden dann ihre Praxis sehr schnell schließen müssen und sich einen anderen Job suchen müssen. Das war es schon wieder für diese. Freut euch auf das Wochenende und auf die nächste Verhandlungsrunde zwischen wir 2020, dem entstehenden Landesverband und Next Scientists for Future hoffentlich diesmal mit vier Professoren und Doktoren. Tschüssi, bis bald.